Gebiete, die Rebellion ist nur noch ein kleines Widerstandsnest. Die vollständige Kontrolle der Galaxis ist zum Greifen nahe, wie ich es vorher gesehen habe, mein Schüler. Unsere Jahre der Mühe finden endlich ein Ende. Aber wie wir alle wissen, der vierte Teil geht nicht gut für das Imperium aus. Da ist fertig, da auch. Hier könnt nochmal dahin. Es würde natürlich authentischer wirken, wenn die letzte Schlacht des Todessterns über Javin 4 geschlagen würde. Instruktion abgeschlossen. Aber... Fähre unterwegs. Hm. Können wir hier noch... Nein, können wir nicht. Dann ziehst du dich mal dahin und zurück. Und wenn wir den Todesstern da jetzt wegziehen, verlieren wir das. Da haben wir aber noch eine Flotte. Ich hoffe, meine Festplatte läuft bei dieser Aufnahme nicht voll. Ist ja jetzt eine Marathon-Festaufnahme. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Und da kann ich nicht genau abschätzen, wie viel das jetzt an Festplatte kostet. Waffen bereit, Sir. Das ist eine entscheidende Gelegenheit für das Imperium. Bringt den Todesstern in Reichweite des Planeten und zeigt diesem jämmerlichen Aufstand die wahre Macht dieser Kampfstation. Positionsänderung. Ja, Sir. Tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber hier ist kein Planet mehr. Nichts, das man zerstören könnte. Hier unten wäre Horst gewesen. Es sind nur noch ein paar Trümmer übrig. Na, Sir. Da sind sie. Nähere mich dem Ziel. Ja, Sir. Beginne Angriff. Die kleine Fähre da wird ausgelöscht. So, da kann ich hier auch nochmal einen Raumschutz holen. Ich habe Ihren Angriff analysiert, Sir, und es besteht Gefahr. Soll Ihr Schiff startklar gemacht werden? Evakuieren? Im Augenblick unseres Triumphs? Ich glaube doch, Ihr überschätzt Ihre Chancen. Ja, Sir. Ja, Tarkin. Sehr hochmütig. Konstruktion abgeschlossen. Aber, wie wir wissen... Konstruktion abgeschlossen. Wurde der Todesstern letztendlich doch... ...zerstört. Aufbau hat begonnen. Hier ist nichts mehr. Hier können wir nochmal die Tarkin-Raufstation entklatschen. Hier ist soweit alles Tarko. Wollen wir mal ein bisschen schneller machen. Konstruktion abgeschlossen. Da kommt der Todesstern. Wir fliegen darüber. Wie der Imperator befiehlt. Taktisches Gefecht steht kurz bevor. Über Schola. Vielleicht hätte ich den Todesstern mitnehmen sollen. Aber ne. Gegner nähern sich. Schwerkraftgeneratoren online. Unsere Sensoren zeigen an, dass eine feindliche Präsenz den Planeten umkreist. Vernichtet alle Truppen, die sich dem Imperium widersetzen. Melde mich wie befohlen. Ja. Bomber. Gebt Feuer auf den Schildgenerator. Jawohl. Alle Jäger, Angriff. Ihr setzt zu viel vor. Sieht ihr von der Aufrunde. Verstanden. Unterwegs zu den Vorordnungen. Dann mal los. Heute online. Allemann vorrücken. Ja, vorrücken. Geht so lange drüber. Mehr Gegner. Vielleicht nicht alle. Du bleibst mal hier. So, der ist gebremst. Natürlich. Gleich kann er dir irgendwo weg. Ich will nämlich nicht, dass ich... ...leine Hinterdiktokreuz an den Blatt schießt. So. Wer das Schildgenerator ausmauern nicht was abgekriegt. Der ist über. Und ihr greift jetzt, wo ist der Hangar? Da versteckt. Der muss da weg. Weil sonst immer neue Einheiten kommen. Bei dieser Schone Raumschat zu entschuldigen kann man hier das nicht mehr leisten. Vor allem bei der Flotte. Da ist schon Feuer genug. Ach, du bleibst mal da. Der ist gleich weg. Bereit. Dann mal los. Dann los. Anke. Euer Mangelanglaub ist begraut. Hier ist mein Diener. Huch, da bin ich gerade ans Mikrofon gekommen. Musst mich kurz kratzen. Hör man mich noch? Ich glaube, ich habe das ein bisschen hart proben. So, da ist euer Ziel. Du drehst dich mal, du feuerst. Ist der Hangar inzwischen mal platt? Ja. Gut. Die sind nicht nur die restlichen Truppen hier. Auch diese. Kleine Torvette da. Das können wir dann auch wieder mal ein Problem machen. Da ihr keine Schilde macht, lohnt es mir auch nicht, dass ihr da die Schilde verliert. Also könnte da mal volles Feuer sein. Oh, da sind wir auch ein paar Koffe. Ah, der hat ja ein Krieg da vorliegen. Das ist der Hangar. Dann machen wir das. Okay. Ich bin ja auch nicht nur die Schilde. Ich bin ja auch nicht nur die Schilde. Das ist der Hangar inzwischen mal die Schilde. Letzten Metern verkehrt. Da ist auch nur einer. Er ist in Zunonen-Kanone-Glaser-Anweisungen. Da haben wir noch die Schilde. Die Stärkung hier? Nein. Ich glaube, hier sind ja noch ein paar Einheiten. Euer Befehl zusammen. Eure Befehl ist so. Zieht ihr Feuer auf euch. Was ist? Und du? Da. Wie das ist? Die Raketenwerfer aus. Die Raketenwerfer sind dann zuerst. Ander. Jetzt müssen wir schon mal mein Treschlecht rein. Ein neuer Sternzerführer ist hier. Von Löwen. Das wäre alles. Dann haben wir hier noch einen Raketenwerfer. Das war aufwendig. Das Ziel ist im Licht. Oh, da oben muss man nicht mehr. Ich möchte euch das Geräte sparen. Nicht mit dem. Was ist los? Die Raketenwerfer haben sich von der Hauptsache getrennt. Kommt mit mir. Ich bin bereit. Wir haben die Flügel eingeklappt, deshalb sind sie verdammt schnell. Aber ewig können sie nicht abhauen. Da kommen sie wieder. Meldet mich wie befohlen. Meldet mich wie befohlen. Meldet mich wie befohlen. Meldet mich wie befohlen. Du fliegst. Oh, hier ist noch ein Marauder Kreuzer. Roger bestätigt. Unterwegs zu den Zielkoordinaten. Information. Wir sind unterwegs. Lasst mich nicht im Stich. Erlebe die wahre Natur der dunklen Seite. Erwarte Anweisungen. Dann los. Bomber in Bereitschaft. Bomber erfasst Ziel. Erwarte Befehle. Das war's. Das war's. Die letzte Schlacht ist geschlagen. Der letzte Planet wird gleich zerstört. Rebellentruppen lehren sich. Beinahe Lutter. Konstruktion abgeschlossen. Ich glaub nicht, dass sie dich da nähern. So, und an dieser Stelle endet diese Let's Play Reihe. System erobert. Rebellentruppen lehren sich. Zerstört diese Rebellentruppe. Der Shitgenerator ist zerstört. An alle Einheiten. Greif den Rebellenstützpunkt an. Greife Gegner an. Schickt Verstärkung. Die fliehen. Die schießen unter Stücke. Gegner nähern sich. Die Rebellen ziehen sich auf ihren Stützpunkt zurück. Lasst sie nicht entkommen. Folgt mir und feuert auf jeden Gegner. Lasst niemanden am Leben. Fliege sind nicht er mich. Die Rebellen müssen übert. Die Rebellen sind nicht erinnert. Los geht's nur. Man sch São Rebellen ist immer noch ein Bein, der als dasselbe ist. Die Rebellen mit einem Abkommen. Aber wenn es nicht klar ist, Von sich, kann man nicht erinnern. Die Rebellen ist immer noch ein Problem. Für sich und dann ist ein Bett. Erhebt euch, mein Freund. Dieser Tag hat das Ende des letzten Jedi gesehen und den Untergang der Rebellion. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten, mein Gebieter. Alles entwickelt sich so wie ich es vorausgesehen habe. Hehehehehe. Das war unsere Kampagne mit dem Imperium. Demnächst werden wir die Galaxiseroberung mit dem Imperium machen. Ich weiß nicht, ob ich die zweite Filmszene rausschneiden muss, weil ich vielleicht da Probleme mit den GEMA-Rechten kriege. Ob das Video dann gesperrt wird oder nicht, muss ich gucken. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Es geht natürlich noch weiter. Und wir sehen uns wieder. Da habe ich ganz kurz die Aufnahmen pausiert. Naja. Wir sehen uns wieder in der nächsten Let's Play Reihe. Ich bin Anonym und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ciao.